Heute zeigen wir euch, welches Equipment ihr zum Campen mit Hund im Urlaub braucht. Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dorge Neuser. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute nehmen wir euch mal mit in unser Urlaubsreich, denn wir sind gerade im Urlaub in der Lünnoburger Heide auf dem Südsee-Camp und wir zeigen euch mal, welches Equipment wir für unseren Hund alles so mitnehmen. Also, kommt doch mal mit rein! Als allerersten Tipp habe ich, dass ihr im Vorzelt solche Boxen besorgen solltet, denn da könnt ihr das gesamte Equipment für euren Hund reinpacken und es sieht immer ordentlich aus. Was habe ich in der Kiste drin? Natürlich jede Menge Spielzeug, Leinen und ein Geschirr für den Hund. Ich finde es super praktisch, wenn man im Urlaub ein Geschirr mit hat, denn auf dem Campingplatz ist es immer sehr wild und sehr viel los. Da sind auch viele andere Hunde und ich finde es immer ein bisschen entspannter, den Hund an einem Geschirr zu führen. Außerdem natürlich eine ausführliche Reiseapotheke mit Verbandsmaterial, mit Desinfektionsmittel, mit einem Fieberthermometer, mit so den nötigsten Heilmitteln, Anika-Kügelchen etc., die man braucht. Wenn ihr da Interesse habt, machen wir gerne nochmal ein Video, was alles in eine Reiseapotheke gehört. Natürlich auch eine Zeckenzange und so ist im Vorzelt immer alles griffbereit und trotzdem sauber. Außerdem natürlich jede Menge Kotbeutel, denn ich finde, das sollte selbstverständlich sein, dass man gerade auf einem Campingplatz, wo viele Kinder spielen, auch immer die Hinterlassenschaften des Hundes wegräumt. In der zweiten Kiste, die ich dabei habe, befinden sich jede Menge Handtücher, denn leider ist das Wetter beim Campen ja nicht immer so beständig und man hat nicht immer nur Sonnenschein. Deswegen macht es unbedingt Sinn, ganz viele Handtücher mitzunehmen und ich empfehle sogar auch einen Hunde-Bademantel, denn nichts ist schlimmer, als einen nassen Hund mit in den Wohnwagen zu nehmen und deswegen ist ein Bademantel total sinnvoll. Alles gut verstaut und ordentlich im Vorzelt in den Kisten verpackt. Dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass ihr genug Futter und Leckerchen dabei habt. Bei uns sieht das so aus, wir haben hier ein Fach extra für den Hund. Ich zeige euch mal, was ich alles dabei habe. Und zwar ist das natürlich unser Trockenbarf von Barf-Away. Ich verlinke euch das unten, da gibt es auch schon ein Video zu, wo wir erklären, warum Barf-Away fürs Campen super ist. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, den Hund im Urlaub zu barfen. Dann natürlich die ganzen Nahrungsergänzungsmittel wie Lachsöl oder Seealgenmehl, je nachdem, was euer Hund so bekommt. Dann habe ich auch immer ein bisschen was von unserem Fleischfolger dabei. Da kann man super gut Schleckmatten mitmachen und da ist auch schon das nächste Stichwort. Ich habe immer einige Schleckmatten dabei. Denn ich möchte ja auch Urlaub haben und habe vielleicht nicht so viel Zeit, meinen Hund immer regelmäßig auszulassen. Und deswegen liebe ich Schleckmatten, vor allen Dingen im Urlaub. Denn der Hund ist glücklich, ich bin glücklich und mit unserem Fleischpulver ist die auch super schnell gemacht. Und natürlich einige Leckerchen, genauso wie eine Lachscreme. Auch die ist super gut für die Schleckmatten. Das heißt, alles, was der Hund sozusagen braucht. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr Näpfe dabei habt. Am besten zwei oder drei, damit ihr nicht immer die Näpfe von Anna B. tragen müsst. Wir haben immer einen draußen stehen, einen im Wohnwagen und einen im Vorzelt. Dann habe ich keine Sorge, je nachdem, wo der Hund gerade ist, dass er auch was zu trinken hat. Und außerdem ist natürlich auch noch die Frage, wohin mit dem Hund im Urlaub, wo er im Wohnwagen schläft. Das ist natürlich euch überlassen. Bei uns schläft er einfach unter der Sitzecke oder auch auf der Sitzecke, je nachdem, wo er gerne liegen möchte. Manche nehmen ihren Hund auch mit ins Bett. Das ist uns ein bisschen zu eng im Urlaub. Also von daher, im Wohnwagen könnt ihr das natürlich frei entscheiden. Ich habe aber noch ein paar Tipps für euch, wo der Hund im Vorzelt liegen sollte oder wie er das dort organisieren könnte. Das zeige ich euch jetzt. Das Allerwichtigste, finde ich, ist im Urlaub eine große Hundebox. Denn so ein Campingplatz ist für viele Hunde ganz schön stressig. Hier gehen ständig Leute her. Hier laufen Kinder mit einem Spielzeug oder mit einem Wall her. Es kommen viele Hunde vorbei. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass der Hund einen Ruhepol hat. Also einen Rückzugsort. Und unsere Hunde sind ihre Box gewohnt. Das heißt, sie fühlen sich wahnsinnig wohl in der Box. Und entweder steht sie halt hier drin, wenn es regnet, so wie jetzt. Oder auch natürlich draußen. Wenn wir draußen sitzen, dann binden wir ihren Hund entweder einen Haken an. Oder wir tun ihn in die Box, damit er ein bisschen entspannen kann. Bei dieser Box ist das Schöne... Leo, geh mal kurz rein. Geh mal richtig rein. Leo, geh mal in deine Box. Dass man die Box auch verschließen kann. Also optisch verschließen kann. Sodass der Hund wirklich Ruhe hat und ein bisschen entspannen kann. Als Extra-Tipp für euch habe ich, besorgt euch so ein Physiobett. Das ist super einfach aufzubauen. Also man kann das richtig schön klein machen. Und der Riesenvorteil ist, dass der Hund von unten keine Kälte bekommt. Denn nicht immer ist gutes Wetter. Und so wie ihr jetzt seht, könnt ihr einfach die Hundebox auch auf diese Matte legen. Sodass der Hund nicht diese Fußkälte hat und einfach ein bisschen wärmer liegt. Und im Sommer ist sie auch schön. Der Hund wird nicht dreckig, wenn der Boden sehr staubig ist. Das heißt, da legen wir sie einfach vorne vor die Tür. Und es ist total praktisch und einfach. Die Hunde haben nochmal einen richtigen Anlaufpunkt, wo sie zur Ruhe kommen können. Und ich finde diese Matten einfach super praktisch für den Urlaub. Leider konnten wir euch jetzt nicht zeigen, wie wir den Hund vor dem Zelt quasi sichern. Da haben wir nämlich so einen Bodenhaken, dass der Hund nicht weglaufen kann. Manche haben ja auch einen Zaun davor. Das ist für uns bisher noch nicht so die beste Lösung geworden. Aber beide Varianten sind gut. Und wichtig ist, wie gesagt, dass ihr auch vor dem Zelt eine Möglichkeit schafft, wo der Hund zur Ruhe kommt. Zum Beispiel durch so einen Hundebox. Und ansonsten hoffen wir, dass wir vielleicht den ein oder anderen Tipp noch für euch dabei hatten. Außerdem steht auf meiner Liste immer noch eine Schwimmweste, falls wir schwimmen gehen. Ein Regenmantel für einen Tag, der so ist wie heute. Und natürlich ein paar Beschäftigungssachen für den Hund, seinen Korn, die Schleckmatten hatte ich schon erwähnt. Also alles Mögliche, damit der Hund sich rundum wohlführt. Bitte guckt auch, wenn ihr in Urlaub fahrt, immer vorher, wo ist der nächste Tierarzt, damit ihr im Notfall schnell Bescheid wisst. Fragt immer an der Rezeption, die können euch da die Telefonnummern geben, sodass ihr gewappnet seid, wenn es mal plötzlich so weit ist, dass ihr zum Tierarzt müsst, damit ihr dann nicht erst anfangen müsst, rumzufragen. Wir hoffen natürlich, dass das bei euch nicht passiert, wünschen euch einen wunderschönen Campingurlaub das nächste Mal und vielleicht hat euch das Video ja gefallen und dann lasst uns doch gerne einen Daumen oben da. Viel Spaß mit euren Hunden im Urlaub, bis dahin, tschüss!